Unterstützung und Widerstand Unterstützung, auch Support genannt im Englischen, und Widerstand, Resistance, bezeichnen Kurse im Chart, an denen eine Korrektur oder zumindest eine Stagnation des aktuellen Trends erwartet wird. Dazu dieses Beispiel hier. Wir sehen hier oben einen Widerstand. Kurse im Chart, welche einen Aufwärtstrend aufhalten, also daran hindern, weiter nach oben zu steigen, nennt man einen Widerstand. Auf der anderen Seite gibt es Unterstützungslinien. Das ist die untere rote Linie, die Sie hier sehen. Kurse im Chart, welche einen Abwärtstrend aufhalten, sind Unterstützung. Sie unterstützen den Kurs, wieder nach oben zu steigen. Es gibt verschiedene Ursachen, warum sich solche Unterstützungs- und Widerstandslinien bilden können. Es können Tageslinien sein, es können Trendlinien sein, es können auch einfach bestimmte psychologische Werte sein. Die Börse wird zum Beispiel zum großen Teil einfach durch Psychologie der Teilnehmer gesteuert. Und immer wenn Sie in den Nachrichten etwas über die magische Zehntausendergrenze des DAX beispielsweise hören, geht es um so eine Unterstützung oder einen Widerstand. Und Zehntausend, Zwölftausend, das sind so Werte, wo in der Regel es ein paar Anläufe braucht, um so einen Kurs zu durchbrechen. Und wenn viele Trader jetzt die gleichen Nachrichten hören, führt dies oftmals zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Außerdem kennt niemand die Kurse von morgen und wir können während des Handels lediglich Rückschlüsse aus dem bisherigen Kurs ziehen und genau das machen halt viele Trader. Und wenn ich jetzt sehe, der Kurs ist bereits dreimal hier abgeprallt, werde ich, wenn er das nächste Mal dort oben ist, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen können, dass er wieder abprallt. Und um diese Wahrscheinlichkeiten geht es. Ein wichtiger Hinweis noch, eine Widerstandslinie, die durchbrochen wurde, wird zur Unterstützung. Also wenn der Kurs hier oben durchbrechen sollte, wird diese vorherige Widerstandslinie zur Unterstützungslinie. Und das gleiche umgedreht mit der Unterstützungslinie. Wenn der Kurs jetzt hier nach unten durchbrechen sollte und dann wieder nach oben kommt, hätten wir hier einen Widerstand. Und ein zweiter Hinweis, es ist keine exakte Wissenschaft mit dem Daytrading. Es ist viele Wahrscheinlichkeiten und wir sehen, dass hier zum Beispiel der Kurs angetestet wurde, aber der Kurs trotzdem weiter steigt. Und dieses Antesten kann immer mal wieder passieren, dass der Kurs auch minimal über so eine Unterstützungs- oder eine Widerstandslinie hinausgeht. Und eine Anmerkung noch dazu, umso häufiger ein Kurs angetestet wurde, also in dem Fall hier 1, 2, 3, 4 und 5. Fünfmal bereits wurde diese Widerstandslinie angetestet, das heißt der Kurs ist davon abgeprallt. Umso aussagekräftiger ist sie. Wenn der Chartverlauf jetzt hier enden wurde und diese obere Widerstandslinie nur zweimal angetestet wäre, wäre sie nicht so aussagekräftig wie in diesem Beispiel. Und das Ganze sehen wir uns jetzt nochmal in der Praxis an. Dazu öffnen wir wieder die Handelssoftware Metatrader. Wir sehen jetzt hier den aktuellen Kurs. Es ist derzeit so, wenn jetzt hier ein neuer Kurs entsteht, scrollt der Chart immer automatisch weiter. Für die Demonstration stelle ich das jetzt aus und gehe deshalb auf Eigenschaften Chart Autoscrollen. Wenn Sie bestimmte Übungen machen, historische Kursverläufe sehen wollen, ist das ein nützlicher Hinweis. Okay. Wir scrollen jetzt mal ein beliebiges Stück zurück und sehen hier das Szenario von eben. 10. Juli bis 1. August 2018. Der Metatrader bietet jetzt verschiedene grafische Hilfswerkzeuge. Wir beginnen mit einer einfachen horizontalen Linie. Die finden Sie hier oben im Menü. Horizontale Linie zeichnen. Dann können Sie in den Chart klicken und die Linie beliebig verschieben. Jetzt haben wir unseren Widerstand eingezeichnet. Das gleiche machen wir jetzt auf der unteren Seite mit der Unterstützungslinie. Und jetzt haben wir das Szenario von eben aus der Beispielfolie. Wenn Sie so eine Linie wieder entfernen wollen, Doppelklick, dann Rechtsklick und dann können Sie auf Löschen klicken. Jetzt zeichnen wir die Linie wieder ein und gucken uns einfach mal den weiteren Kursverlauf an. Also wir haben jetzt gesehen, mehrfach wurde die obere Widerstandslinie angetestet und mehrfach wurde die untere Unterstützungslinie angetestet. Insgesamt handelt es sich dabei um einen Seitwärtstrend, in dem Sie auch auf dieser Zeiteinheit nicht handeln sollten. Ich scrolle jetzt mal nach rechts. Das ist übrigens eine gute Übung. Den Chart einfach mal beliebig nach links irgendwo scrollen und dann gucken, wie würde sich der Kurs weiter entwickeln. Und wir sehen jetzt hier an dieser Stelle wird die Unterstützungslinie deutlich durchbrochen. Das deutet darauf hin, dass hier jetzt ein Abwärtstrend beginnt. Wir sehen uns den weiteren Verlauf an. Wir sehen zunächst, es fällt weiter, es fällt weiter, es fällt weiter und dann steigt es jedoch wieder. Und hier sehen wir das eben angesprochene Szenario. Wir haben hier eine Unterstützungslinie. Der Kurs fällt. Was als nächstes passiert? Er durchbricht die Unterstützung. Es zeichnet sich ein Abwärtstrend ab. Dann steigt er jedoch wieder. Diese Linie hier ist jetzt jedoch zum Widerstand geworden. Und das sehen wir hier sehr schön. Der Kurs prallt zunächst wieder ab. Und das gleiche hier erneut. Und hier erneut. Jetzt gucken wir es an. Und jetzt nimmt der Abwärtstrend volle Fahrt auf. Und Sie sehen, der Kurs fällt deutlich. Der Vollständigkeit halber gucken wir uns das mal bis zum aktuellen Datum den Verlauf nochmal an. Wir sehen jetzt nach Abschluss des Abwärtstrends. Hier erneut. Der Kurs steigt irgendwann wieder. Und prallt erneut an dieser jetzt zur Widerstandslinie gewordenen Linie ab. Und geht wieder nach unten. Jetzt steigt er wieder. Hier erneut. Der Kurs angetestet. Und wie es hier weitergeht, weil es das aktuelle Datum ist, wissen wir jetzt noch nicht. Also zusammengefasst nochmal. Wir haben hier oben eine Widerstandslinie. Der Kurs kommt von unten an die Widerstandslinie heran und prallt ab. Wir haben hier Unterstützungslinien. Der Kurs kommt von oben und prallt erneut ab. Wenn eine Unterstützung durchbrochen wurde, wird sie automatisch zum Widerstand. Und das gleiche wäre hier oben der Fall. Wenn der Kurs den Widerstand durchbricht, wird dieser automatisch zur Unterstützung.